Und über die Bedeutung der Ungleichheiten und Unterschiede zwischen Ost und West kann ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Professor Emeritus Werner Patzelt sprechen. Grüße Sie, Herr Patzelt. Einen schönen guten Tag. Einer der größten Unterschiede ist ja der Erfolg der AfD in Wahlen und auch in Umfragen. Just diese Woche ist die Partei vom Verfassungsschutz in Gänze als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft worden. Wie erklären Sie den großen Erfolg, den die AfD im Osten vor allem bei männlichen Stimmberechtigten hat, bei Wählerinnen ja eher weniger? Die Geschlechterunterschiede lassen wir zunächst beiseite, sondern machen uns klar, dass es in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung heftigen Systemprotest gegeben hat. Damals durch die PDS ventiliert, heutige Linkspartei inzwischen durch die AfD. Das Grundmuster der Klagen ist immer das Folgende. Die Westdeutschen dominieren das Land, die Wirtschaft, die Gesellschaft, inzwischen den politischen Diskurs und die Institutionen. Diese Westdeutschen orientieren sich nicht oder zu wenig an ostdeutschen Interessen. Sie behandeln die Leute arrogant und besserwisserisch von oben herab. Und jetzt kommt dasjenige, was die AfD dann besonders stark macht. Und man habe ja schon einmal ein System an falscher Politik scheitern sehen. Und jetzt sähe man wieder das Land auf dem gleichen falschen Weg. Und deswegen müsse man jetzt Protest erheben. Woher der Mann-Frau... Ja? Achso, bitte. Entschuldigung. Woher der Mann-Frau-Unterschied kommt, das wird wohl dahingehend zu erklären sein, dass alle demoskopischen Umfragen zeigen, dass Männer grundsätzlich ein größeres politisches Interesse bekunden, nicht haben, aber auf alle Fälle bekunden als Frauen. Und dass von den Problemen früher der Arbeitslosigkeit ganz besonders die Männer betroffen waren und dass die AfD, wie viele rechte Protestparteien, zunächst einmal mehr Männer als Frauen anziehen, prägt dann natürlich auch den politischen Diskurs. Und so wird man sich die Sache vermutlich zurechtlegen können. Die AfD liegt inzwischen auch auf Bundesebene so gut bei bis zu 20 Prozent, dass sie am Mittwoch dieser Woche bekannt gegeben hat, erstmals eine eigene Kanzlerkandidatin aufstellen zu wollen. Alice Weidel ist im Gespräch oder auch Björn Höcke. Wen können Sie sich da vorstellen? Also Björn Höcke könnte ich mir nur dann vorstellen, wenn die AfD aus lauter strategischen Dummköpfen bestünde. Denn Höcke wird ganz gewiss nicht viele Leute zusätzlich zur AfD bewegen. Nachdem die anderen Kanzlerkandidaten, falls sich nicht Frau Baerbock noch einmal dazu aufstellen lassen kann, männlich sein werden, wäre es ein guter Schachzug, eine Frau aufzustellen. Das Wesentliche aber ist, dass durch das Benennen eines Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin die AfD es erschwert, sie aus der politischen Kommunikation auszugrenzen. Wann immer mit Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten gesprochen wird, wird es unausweichlich sein, die entsprechende Person der AfD auch einzuladen und mit ihr über Politik zu diskutieren, ob das nun zum Vor- oder Nachteil der AfD ausgeht. Das muss an dieser Stelle nicht erörtert werden. Aber die frühere Gewohnheit, die AfD einfach nicht zu berücksichtigen oder nur zum Gegenstand des Sprechens über sie zu machen, das wird sich mit einem Kanzlerkandidaten oder einer Kanzlerkandidatin nicht mehr bewerkstelligen lassen. Und das scheint mir der tiefste Grund dafür zu sein, dass die AfD inzwischen den Westerwelle nachmacht, wo damals ja die FDP auch ohne Chance auf Regierungsübernahme auch einen Kanzlerkandidaten gebraucht hat. Sehen Sie denn die AfD als eine demokratische Partei, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht? Das ist eine Entscheidung, die das Verfassungsgericht zu treffen hat. Wenn ich mir die Argumente gegen eine Verfassungstreu der AfD anschaue, sind Sie derzeit im Wesentlichen auf den Artikel 1 des Grundgesetzes fixiert, dass es gegen die Würde des Menschen sei, wenn man einen völkischen Volksbegriff habe. Ob das das Kriterium des Verfassungsgerichtes erfüllt, dass für ein Parteiverbot auch eine reale Gefahr da sein müsste, dass eine Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus dem Angel hebt, das scheint mir zweifelhaft zu sein. Aber wie gesagt, vor Gott und vor den Gerichten ist auch die AfD sozusagen in der Hand von anderen. Da haben wir ja zum Glück ein stabiles Grundgesetz. Werner Patzelt, Professor für Politikwissenschaft von der TU Dresden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen.